Die Produktauswahl für Amazon ist für Starter wie auch etablierte Händler und Marken immer ein Problem. Deswegen gibt es einen vierstufigen Prozess, an dem man sich orientieren kann, in dem man sich einordnen kann und dann fokussiert arbeiten kann. Das Startportfolio hat man natürlich immer die Frage, klein aber fein oder eher groß und kompliziert. Doch was sollte man da überhaupt machen? Insbesondere für Ventoren, deren Produkte oft schon über andere Seller gelistet sind, müssen sich erst einmal damit auseinandersetzen, was ist bereits gelistet. Welche Produktbereiche fehlen? Welche Produkte laufen gut? Aber auch beim Wettbewerb natürlich gucken, was dort gut läuft. Denn ihr habt ja die Hoheit über eure Produkte und dann könnt ihr sagen, unser Startportfolio sollte eher die Neuheiten 2020 betreffen. 2021 wollen wir nur die Warenneustarter mit Amazon mitgehen als Startportfolio. Dann können wir uns jetzt in Ruhe darauf vorbereiten. Oder wir räumen einmal komplett auf und unser Startportfolio sollen wirklich alle Artikel sein. Oder man startet tatsächlich ganz abseits des Kernmarktes, will sich noch nicht mit den Vertriebskanälen auseinandersetzen und den Sellern in die Parade fahren. Und sagt, komm wir nehmen mal so Produkte, die sind schlecht optimiert, die verkaufen sich nicht und spielen da erstmal rum. In Summe kann man das Ganze auch einfach Wettbewerb Marktanalyse nennen. Natürlich, das wäre das Einfachste, ein schlichter Abgleich zwischen dem, was ist da, dem, was wir können und dem, was wir anbieten möchten. Andererseits, wenn man noch quasi neu startet, dann kann man natürlich anfangen und sagen, gehen wir in einen Bereich, wo wir Umsatz machen können oder gehen wir eher in einen Bereich, in dem wir Margen generieren können. Oder wollen wir in beide Bereiche rein, jedes unterscheidet sich natürlich je nach Wettbewerb und so weiter und so fort. Hier mal als Beispiel, wir gucken uns jetzt mal ein Segment an, was ungefähr 90.000 Umsatz am Tag erwirtschaftet zu 4.000 Einheiten. Und wenn wir dann in die Küchenabfalleimer gehen, dann sehen wir, dass die durchschnittlich zu 52,24 Euro gelistet sind, verkaufen sich im Schnitt zu 28,06 Euro und machen von diesen 90.000 Tagessails 45.000 aus. Und auch der Absatz kann sich sehen lassen, 1.500 von 4.000, das ist ordentlich. Aber, da muss man dann genauer hingucken, kann ich da wirklich Geld dran verdienen, bin ich nicht einfach dem Preisdruck unterlegen, kann ich mich nur mit einer anderen Farbe vom Markt differenzieren und wie viele Wettbewerber treffe ich überhaupt an, damit ich mir ein bisschen was von dem Kuchen rausschneiden kann. Andere Geschichte wäre es vielleicht, Mülltrennsysteme zu gehen. Die sind zu 75 gelistet, verkaufen sich zu über 50, machen nur ein Neuntel des Marktes am Umsatz mit ganz wenig Stückzahl. 5% der Stückzahl, ein Neuntel des Tagesumsatzes. Hier habe ich natürlich mit weniger Wettbewerbern zu tun. Es ist aufwendiger, sich hier ein Stück vom Kuchen rauszunehmen, aber vielleicht ist das mittel- und langfristiger schlicht profitabler, weil wir ganz andere Verkaufspreise ansprechen können. Und da hilft es natürlich auch, wenn man für so eine Gesamtkategorie sich mal ein Portfolio baut. Mit MLS ist das ja ohne weiteres möglich. In den Bereichen Analysen und Portfolios könnt ihr ja einfach sagen, zeige mir alle Produkte einer ausgewählten Hauptkategorie oder Unterkategorie und setze über all diese Produkte ein Portfolio. Und dann sehen wir uns doch mal eine Kategorie spaßeshalber an. 139 Händler, Preis 18 Euro, BSR 1800, Keywords im Schnitt 122, Position 40, knapp 1500 A sind es, von denen 1316 auch sichtbar sind, also zumindest einem Keyword auffindbar sind in unserem System. Will ich da rein? Muss ich billig sein? Ach, ist alles blöd. Benchmarken wir doch mal nur im Bereich, sagen wir mal 30 bis 60 Euro. Gucken wir doch mal, dass plötzlich nur noch 44 Händler da sind, der Preis auch ein ganz anderer wird. Noch viele Asins da sind, aber wir brauchen nur 30 Keywords im Schnitt. Und Prime, das allmächtige Prime, ist absolut irrelevant in dem Bereich. Noch mal zurück, 86% Prime-Anteil, 24% Prime-Anteil, höherer Preis, weniger Keywords und BSR ist halt nicht die Königsdisziplin auf Amazon. Natürlich verkaufen sich teurere Produkte oftmals stückzahltechnisch weniger. Ist doch klar, dass die einen schlechteren BSR dann haben. Und daraus kann man viele Ableitungen treffen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr so einen Preis draufklicken auf das Segment Preis und könnt euch die Preisverteilung im betrachteten Bereich angucken. Das sind jetzt hier andere Beispiele. Der gesamten Kategorie findet ihr Preisnischen. Allgemein auf Amazon gibt es eine riesige Preisnische im Bereich der 40 bis 50 Euro. Der ist relativ leer. Und je nach Bereich, den man betrachtet, hier unten rechts ist er komplett voll. Das sind nämlich genau ein Kunde, der in dem Segment tief drin ist und da das Segment bestimmt und führt. Versucht ihr jetzt jedoch nach Spanien in diesem Preisbereich zu gehen, dann habt ihr einfach verloren. Im UK wegen der Fundumrechnung, da verschiebt sich das nochmal links wie nach rechts. Aber darum geht es am Ende. Zu verstehen, wo dann auch die Preispunkte je im Markt sind, wo die Kategorien liegen und so weiter. Gut kann es aber auch sein, einfach zu sagen, wie ich es ja mit der atypischen Nutzung im Video zu Nischen schon aufgezeigt habe, dass man ein Produkt nimmt und das anders labelt. Ein anderes Label dahinter kann einen anderen Preis mit sich führen oder ein anderer Verwendungsansatz. Und so ist es nun mal so, dass eine PS4 Käuferschicht oder in Zukunft die PS5er eine höhere Kaufkraft haben als bei der Xbox. Andere Kaufkraft als bei der Switch, als beim PC. Dasselbe Kabel könntest du auch noch fürs Handy machen. Und schon hast du vier bis fünf verschiedene ERNs, hast eins zu eins dasselbe Produkt drin und kannst über die Differenzierung der Nutzungsgruppen das ganze System Amazon ausnutzen hinsichtlich der verschiedenen Kategorien. PS4, Zubehör, Ladekabel für Controller, Ladekabel PC, Ladekabel Switch, Xbox. Da gibt es überall Kategorien, kategoriespezifische Sichtbarkeiten. Und dann kann man da einen Markt sehr stimmig anvisieren. Ihr könnt natürlich auch sagen, ja, der PC-Nutzer braucht kein 3-Meter-Kabel. Bei der PS5 ist es eh dann fraglich, ob der überhaupt noch dieses Kabel braucht. Aber bei der PS4 geht da schon was. Da ist es dann halt ein anderer USB-Anschluss. Aber versteht das einfach nur als Beispiele. Da geht schon einiges. Fragt euch aber bitte immer, was könnt ihr überhaupt leisten mit Personal und Aufwand? Ihr müsst abschätzen, wie viel Zeit sowas kostet. Wenn so ein Startportfolio ewig Zeit braucht, dann hat euch der Markt vielleicht schon allein wieder überholt. Könnt ihr diese Waren, die ihr ja an zig Vertriebler schon rausgebt möglicherweise, überhaupt für den Eigenverkauf noch vorhalten? Habt ihr genug Ware? Aber auch so, wenn ihr selbst startet, wie viel Ware könnt und wollt ihr absetzen? Lagerhaltung, wenn es doch nicht klappt. Und natürlich ist es immer eine Entscheidung, die man treffen muss. Mit den Einzelsegmenten gehe ich spitz rein, mit wenig Stückzahl. Habe ich da zwar weniger Risiko, aber auch weniger Absatz-Umsatzchancen. Aber wenn ich dort jemanden verdränge, kann ich eine gewisse Macht in meinem Segment aufbauen. Oder gehe ich mit breiten, höheren Mengen hinein, aber habe dort auch einen größeren Wettbewerb zu erwarten. Einen anderen Preisdruck, der einfach mit hergeht. Das sind natürlich Entscheidungen, die wir euch nicht abnehmen können.